hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute geht es um das thema troubleshooting wenn du bereitschaft hast für services dann wirst du schon wissen worauf ich anspiele mit dem video wenn es zum beispiel in der nacht um zwei klingelt du hast bereitschaft und du schaust aufs telefon und du siehst die festplatte läuft voll weil du eine meldung bekommst auf dein page oder aufs handy dass die disk für einen wichtigen service von einem wichtigen server auf 99 prozent steht dann ist handlungsbedarf nötig und zwar akut und in der nacht ja insbesondere um die uhrzeit wenn man eben nicht gerade richtig wach ist und da ist dann auch schon ein bisschen schwieriger hier hat sich dann eben ein gesamtbild zu machen und dann stehst du jetzt erstmal auf dem schlauch meldest dich an und versucht ein bisschen wach zu werden und dann geht es in die analyse und wie ich jetzt mal so prinzipiell vorgehe bei solchen analysen um einen schnellen überblick zu verschaffen um das soll es heute in dem video gehen und wenn ich das interessiert dann bleibt einfach dran ich habe mich jetzt angemeldet auf den auf dem system und das sitzen test server mit meinem benutzer account der doc sv1 aber jetzt hier zwei fenster offen und als allererst was ich als allererstes mache ist noch mal zu schauen ja wie ist denn der aktuelle stand und hier sehen wir dass die festplatte also slash das ruht falls dem zu 99 prozent voll ist als allererstes wenn ich jetzt nicht direkt weiß weil ich mit dem system wenig zu tun habe vielleicht kann ja auch sein im normalen regelbetrieb dann möchte ich mir jetzt mal einen überblick verschaffen wo wird denn der meiste speicher verbrauch als allererstes verschaffe ich mir einen überblick mit dem die u kommando in dem ich hier das disk usage kommando nutze und ich möchte hier erstmal generell auf slash schauen was denn hier los ist möchte genau eine einzige verzeichnis hierarchie ebene runterschauen das heißt ich schaue mir nicht jedes subdirectory an sondern genau das allererste subdirectory von slash und ich möchte mir das den output human readable anzeigen lassen und dann sieht man schon okay ich habe hier permission denied ja dumm gelaufen also mission denied bedeutet keine rechte sudo vergessen okay so jetzt habe ich schon einen besseren überblick jetzt sehe ich auch noch mal die information dass bestimmte verzeichnisse oder dateien in verzeichnissen nicht ausgelesen werden können das brock file system ist ja vom linux kernel ein verwaltetes verzeichnis und das können wir getrost ignorieren in unserer auswertung das heißt wir machen jetzt hier noch mal ein exclude blut rein und zwar alles was brock beinhaltet als verzeichnis name wird jetzt mal ignoriert das ganze das ganze firma jetzt aus und wir bekommen einen schöneren überblick und jetzt sehen wir aktuell sind 57 gigabyte auf slash belegt und dann sehen wir auch dann gleich noch mal dass hier das war file system 50 gigabyte beinhaltet das user 2,9 wir können uns das ganze noch ein bisschen übersichtlicher gestalten indem wir auch sagen wir suchen alles was das den großbuchstaben gebe inhaltet und dann wird es wirklich übersichtlich und wir blenden alle verzeichnisse aus die kleiner sind als ein gigabyte und jetzt wird es spannend als wir sind hier nur im war verzeichnis unterwegs das heißt hier drin da ist wirklich da geht der punk ab also dann gehen wir mal ins war verzeichnis beziehungsweise brauche es ja gar nicht dann nehmen wir das raus gehen ins war verzeichnis und machen das gleiche wieder und wir sehen hier im war log verzeichnis da es sind 49 gigabyte hier entsprechend belegt und dann sehen wir jetzt auch okay wir haben ein apache am laufen und hier drin liegen 49 gigabyte unlock dateien das ganze schauen wir uns jetzt noch mal an war log apache 2 und wir sehen ganz klar okay es gibt mehrere log dateien und wenn wir jetzt das verzeichnis nochmal anschauen okay wir sehen hier definitiv 26 gigabyte ist die access das access log weil groß naja das ist dann ziemlich groß und im vergleich zu allen anderen dateien die jetzt hier noch mit drin liegen doch entsprechend größer also so wie es ausschaut haben wir jetzt viel mehr zugriffe auf dem web server und wenn das dann auch ein system ist das extern verfügbar ist kann sie auch sein dass wir hier ein ungewünschtes verhalten haben dem wir nachgehen müssen so vom vorgehen her als allererstes was ich in der regel mache falls ich hier solche dateien dann sie die jetzt hier nicht gezippt sind wie zum beispiel solche großen dateien damit machen wir es nochmal hier übersichtlicher ich habe hier das access log hier mit vier gigabyte dann liegen und so weiter dann schaue ich als allererstes dass ich die log falls zusammen zippe und wenn das nicht funktioniert dann würde ich oder wenn wenn der speicher dann eben nicht reicht dann eben auch die zip dateien auch nochmal weg schieben auf einen anderen server oder auf ein nfs scher wie auch immer was ich dann eben hier gerade dann im überhaupt manchmal ist es aber auch okay bei systemen die jetzt nicht so kritisch sind dass man einfach dann die log falls löscht wenn ich allerdings jetzt hier sie es gibt hier einen sehr starken also das log fall ist sehr groß und es macht mir jetzt auch nichts aus das log verlösche dann kann ich das auch tun also das hängt ja immer wieder von der policy ab ja was dann eben hier dann gewünscht ist vom vom unternehmen aus oder von von einem selber ob die daten dann benötigt werden oder nicht so wenn ich jetzt das log file lösche dann gehe ich jetzt davon aus dass ich dann wieder 25 gigabyte mehr speicher habe frei habe das probieren wir jetzt mal aus und wir machen noch mal ein disk und wir sehen da es wurde kein einziges byte an speicherplatz freigegeben obwohl die datei gelöscht ist so woran liegt es das ganze hat damit zu tun dass der patche oder in generell das das programm des grad aktuell hier die datei zum schreiben geöffnet hat ja die datei immer noch im zugriff hat also ist zwar die datei hier quasi gelöscht aber im hintergrund hält das linux system die datei noch offen für schreibzug vergänge so und wenn sowas zum beispiel auch dann der fall ist ich habe hier die datei gelöscht aber ich der speicher ist immer noch nicht freigegeben dann kann jetzt noch mal nachschauen mit dem mit dem befehl lsof list open falls wurden die die datei ist ich suche jetzt mal nach apache 2 schieben das ganze jetzt noch ein bisschen rüber sind mehr platz und wir sehen hier dass der patche prozess hier noch unterschiedliche dateien im zugriff hat und hier sehen wir auch dann die entsprechende information dass der dass der patche prozess des log file noch im zugriff hat aber die datei bereits als gelöscht markiert ist und hier sehen wir auch noch mal die größe ist jetzt ein spannendes thema weil letztendlich wenn ich jetzt hier gehe ich nutze jetzt den curl ich mache jetzt den zugriff auf den patche dann ist es so dass keine neue datei angelegt wird sondern hier die daten also die log die der log eintrag immer noch in dieses log fall geschrieben wird so und der die log fall ist ja schon dank gelöscht aber wir können jetzt auch noch mal nachschauen das ist ein ganz spannendes thema wie ich finde dass wir doch noch mal schauen ob wir hier den letzten eintrag hier von unserem curl in dem log dann noch mal finden wir machen das ist schon gelöscht also hierüber ist es nicht mehr verfügbar aber wie wir ja auch wissen interpretiert der linux kernel jegliche prozessinformationen im prog directory das heißt für den patche gibt es ja auch einen entsprechenden prog eintrag und das schauen wir uns mal an hier ist auch apache ich schaue mir jetzt mal dann an gibt mir doch mal die prozess id und wir haben hier mehrere prozess ids das ist dann eben auch immer auch hier das ist die prozess id da gehen wir jetzt mal hin die prog file system umgeben in die in den prozess mit rein machen ein list und dann gibt es hier das verzeichnis falldeskriptoren ja das sehen wir natürlich sudo sudo ls falldeskriptoren ls minus l falldeskriptoren und hier sehen wir auch dann dass der falldeskriptor 8 hier vom arpegg für das öffnen des log files genutzt wird und wir sehen auch es ist gelöscht aber wenn wir jetzt mal uns zum root machen und wir gehen hier auf das auf den prozess auf die prozesse die balldeskriptoren und jetzt können wir hier gehen also hier diese datei die gibt die datei die gibt es nicht mehr ja die gibt es nicht mehr aber wir können zum beispiel hier noch einen teil auf den falldeskriptor 8 machen und dann sehen wir hier noch den entsprechenden zugriff und wir sehen auch unseren curl den wir durchgeführt haben das heißt wir können auch den tail minus f auf das auf den falldeskriptor machen und sobald ich jetzt hier das curl noch mal ausführen sehe ich dass hier die information noch mal angezeigt wird also ziemlich sexy hier kann ich dann eben auch noch mal schauen wenn der datei dann auch gelöscht worden ist aber was ist da überhaupt drin war war da drin also das so jetzt ist dann das spannende der linux prozess hat solange er noch läuft dass diese datei quasi in nutzung und solange gibt der linux könne den speicher nicht frei und was ist dann das einfachste in dem fall wenn ich dann wieder den speicher freigegeben haben möchte indem dass ich den prozess einfach restartet oder ich kann ihn auch anweisen in der regel über ein bestimmtes kill signal dass er das log file dann eben hier rotiert oder wieder frei gibt wer immer das geht beim apache mit dem hub signal egal ob ich jetzt ein engine x habe oder ein tomcat oder whatever oder auch hier in apache all diese services reagieren auf entsprechende signale der eine auf das sich user 1 der andere auf das hub auf den kill hub je nachdem und dann müsste man eben schauen da könnte man dieses signal schicken und dann würde der prozess den speicher dann freigeben weil dann die datei quasi geschlossen wird oder beziehungsweise zugriff beendet wird und dann ein neue datei angelegt wird so was wir natürlich jetzt hier machen könnten um dann den speicher wieder freigeben aber bei uns in dem fall ist jetzt auch so wir können jetzt auch getrost den service also wir sind schon ruht raus sudo disk free jetzt also wir sehen immer noch 99 prozent des speichers sind benutzt schauen wir noch mal eins war log apache 2 verzeichnet die datei ist immer noch weg aber sie wie gesagt sie ist noch im hintergrund da und belegt noch speicher und wenn ich jetzt den apache restart dann ist der speicher dann auch wieder freigegeben service apache 2 restart das machen wir jetzt mal und mit einem erneuten disk free sehen wir auch dass die 26 gb jetzt wieder verfügbar sind dann schauen wir nochmal die log files an und der und der apache prozess hat dann auch ein neues log file erzeugt weil er das andere schon gelöscht war genau so das war es jetzt eigentlich mit dem was ich hier zeigen wollte wie ich dann auch vorgehe um entsprechende solche solche themen dann auch dann zu lösen in der regel ist es dann so dass dass ich sowas eigentlich nicht mache ja also wirklich log files dann auch zu löschen auch wenn wirklich dann ja hochfrequente service ist dann eben auch die viele logs schreiben ich versuche in der regel immer proaktiv dann speicher zu erweitern das logging entsprechend anzupassen die backup routine entsprechend anzupassen dass die log files vielleicht sogar mehrmals am tag rotiert werden nicht nur einmal also damit die die logs dann nicht zu groß werden beispielsweise also das hängt dann eben hier ganz von dem system ab das dann das ich dann vor finde aber nichtsdestotrotz das ist auch eine möglichkeit um sich solchen logs zu entledigen bei entwicklungs server zum beispiel oder bei services die einfach dann im nicht produktiven umfeld ja hier laufen jetzt würde mich interessieren wie handhabt ihr das ganze oder wie geht ihr mit solchen problemen um löscht ihr auch log files und hattet ihr das thema schon und insbesondere in der nacht oder also wenn ihr wirklich dann unausgeschlafen seid und dann sagst du was ist denn da los ja genau das war es jetzt wieder zu diesem video falls dir das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen hoch freuen gerne auch ein abo da lassen und ansonsten freue ich mich auf das nächste video macht's das gut bis dahin und servus bis dahin